Sorrent und seine Küste Das ist bei den Zitronen der Fall. Die spätreifende Sorte, Ovale, aus Sorrent, unterscheidet sich von den anderen durch ihre Größe und ein sehr intensives Aroma. Gnocchi Sorrentinischer Art Gnocchi Sorrentinischer Art, ein Gericht, das nicht nur in Italien, sondern überall auf der Welt sehr beliebt ist, kombiniert die beiden lokalen Köstlichkeiten, Tomate und Mozzarella, um ein genüssliches, wohlschmeckendes Gericht zu kreieren. Ein so reichhaltiges Gebiet kann aus einfachen Gerichten etwas Besonderes machen. Bei den Nudeln mit Zucchini zum Beispiel besteht der ganze Geschmack in der Qualität der Rohstoffe, die an dieser Küste angebaut wurden und gereift sind. Ich präsentiere Ihnen das Zitronensorbet, das so erfrischend und köstlich ist, weil seine Früchte in Sorrent angebaut wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017